Willkommen zu dieser geführten Meditation mit anschließenden Affirmationen. Entspanne Dich und nimm Dir Zeit für diese Sitzung. Sei für Dich an einem ruhigen Ort. Was sind Solfeggio-Frequenzen? Warum nutzen wir sie als Werkzeug? Fundamentale Aspekte unseres Lebens sind Klang und Stille, richtig? Wir können Klänge oder Vibrationen für unser Wohlbefinden nutzen. Ja, und Stille. Stille ist etwas anderes. Stille ist etwas, das man erfahren muss. Wenn Du mehr über Stille lernen möchtest, schreib uns gerne. Also, Solfeggio ist ein Begriff aus der Musiktheorie. Er bezieht sich auf das Erlernen von Tönen und Noten durch Gehörbildung und vokale Übungen. Auch heute noch wird Solfeggio in der Klangtherapie eingesetzt. Laut Klangtherapeuten bestehen die Solfeggio-Frequenzen aus einem wiederkehrenden Muster von sechs Codes. Diese sechs Codes lassen sich auf die Quersummen 3, 6 und 9 reduzieren. Nikola Tesla soll diese drei Zahlen als Schlüsselzahlen des Göttlichen, der kreativen Kraft und der Energie der physikalischen Felder betrachtet haben. Wir nutzen also Frequenzen und unsere Aufmerksamkeit und erhöhen so unser Bewusstsein. 741 Hertz Diese Frequenz könnte bei geistiger Arbeit und Problemlösung helfen, indem sie den Geist stimuliert, Kreativität und Selbstdarstellung fördert und geistige Klarheit verleiht. Sie kann auch die Entscheidungsfindung unterstützen, was zu einem gesünderen und erfüllteren Leben führen kann. Die Realität ist, dass die Dinge, denen du deine Aufmerksamkeit schenkst, die Dinge, über die du sprichst, nachdenkst und fühlst, deine Energie erhalten und so zu deiner Realität werden. Du hauchst ihnen Leben ein. Energie fließt dorthin, wo deine Aufmerksamkeit ist. Hier ist ein Video von uns zum Thema Aufmerksamkeit. Die Dinge, denen du am meisten Aufmerksamkeit schenkst, formen deine Realität. Wenn du den ganzen Tag über Negatives nachdenkst und sprichst und darüber, dass du dir dies und das nicht leisten kannst, dann wirst du genau das in dein Leben ziehen. Denkst und sprichst du hingegen nur von Reichtum und Wohlstand, wird das deine Realität. Das gilt nicht nur auf der Ebene von Energie und Frequenzen, die du ins Universum ausstrahlst. Es ist auch ganz logisch, wenn du darüber nachdenkst. Unser Leben besteht nicht nur aus dem, was uns widerfährt. Es sind die täglichen Entscheidungen, die wir treffen, die unser Leben prägen, ob bewusst oder unbewusst. Du kannst dich entscheiden, das Schöne in allem zu sehen. Oder du kannst dich dafür entscheiden, in allem etwas Negatives zu erkennen. Es braucht Bewusstsein, um freudvoll und glücklich durchs Leben zu gehen. Bewusstsein ist nicht einfach ein Bündel von Gedanken oder eine bestimmte Ebene des Verstehens. Es ist eine grenzenlose Dimension. In unserem Kurs gehen wir auf diesen und viele andere wesentliche Punkte detailliert ein. Unser Ziel ist es, dir eine neue Perspektive zu eröffnen und dir zu helfen, dir über bestimmte Dinge klarer zu werden. Und genau dafür haben wir die IMA Transformation Challenge entwickelt. IMA Transformation Challenge ist ein umfassender Kurs für persönliches Wachstum, der eine tiefgreifende Veränderung in der Art und Weise bewirken kann, wie du dein Leben, deine Arbeit und die Welt um dich herum wahrnimmst und erlebst. Beginnen wir nun mit der Meditation. Richte jetzt deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem und halte diesen Fokus während der gesamten Meditation. Atme tief ein und noch etwas tiefer wieder aus. Atme tief ein und noch etwas tiefer wieder aus. Stell dir nun vor, du schwebst in einem unendlichen Raum. Überall um dich herum erstrecken sich endlose Weiten, in denen Monde, Sterne und Galaxien schweben. In diesem unendlichen Raum fühlst du dich geborgen und voller Energie. Alles, was du in diesen Raum sendest, wird aufgeladen und verstärkt zurückkommen. Nun visualisiere deinen Herzenswunsch. Was ist es? Stell dir jedes kleinste Detail vor. Wie riecht es? Hat es einen Duft? Kannst du es hören? Fühlen? Wie sieht es aus? In welchen Umständen erreichst du es? Stell dir vor, wie dein Wunsch direkt vor deinen Augen Wecklichkeit wird. Wie fühlt es sich an, diesen Wunsch erreicht zu haben? Wie fühlt sich der Erfolg an? Wo bist du, wenn du es erreichst? Bist du umgeben von deinen Freunden, deiner Familie? Oder genießt du den Erfolg für dich allein? Nimm dir Zeit und genieße diese Vision. Stell dir Farben, Gerüche, Geräusche vor. Atme tief ein und noch etwas tiefer wieder aus. Atme tief ein und noch etwas tiefer wieder aus. Und atme nochmal tief ein und noch etwas tiefer wieder aus. Dein Wunsch ist jetzt im Energiefeld. In einem Raum der Unendlichkeit, wo er aufgeladen und vervielfacht wird. Es wird geschehen. Sei dir dessen sicher und fühle Dankbarkeit und Vorfreude. Lass nun einfach los. Du kannst dich jetzt vollkommen entspannen. Atme nochmal tief ein und noch etwas tiefer wieder aus. Atme tief ein und noch etwas tiefer wieder aus. Und jetzt kannst du langsam in den Schlaf gleiten oder die Affirmationen begleitend laufen lassen in deinen Tag. Ich bin ein Magnet für Wohlstand und Fülle. Reichtum fließt mühelos in mein Leben. Ich ziehe finanziellen Erfolg in mein Leben. Ich bin offen für den Wohlstand, der mich umgibt. Meine finanzielle Freiheit wächst jeden Tag. Ich lebe in einem Zustand des Überflusses. Meine Einkommensquellen vervielfachen sich ständig. Ich verdiene und genieße Wohlstand. Mein Wohlstand vermehrt sich ständig. Reichtum ist meine natürliche Lebensweise. Ich bin dankbar für den Wohlstand in meinem Leben. Ich bin in der Lage, anderen Menschen zu helfen. Ich lebe in einem ständigen Fluss von Fülle und Reichtum. Ich ziehe erfolgreiche Menschen und Chancen an. Ich teile meinen Erfolg mit meinen Mitmenschen. Ich freue mich über das Wohlergehen um mich herum. Ich bin frei und erlebe Wohlstand in allen Bereichen meines Lebens. Ich bin bereit, Wohlstand in jeder Form zu empfangen und zu teilen. Ich bin ein Magnet für Wohlstand und Erfolg. Ich fühle mich wundervoll. Ich bin liebevoll. Ich bin wunderbar. Das Leben ist schön. Ich fühle mich verbunden mit allem Leben. Für mich ist gesorgt. Ich heile. Ich heile. Ich liebe. Ich lebe. Ich lebe. Ich treffe klare Entscheidungen. Ich bin voller Klarheit. Ich bin voller Klarheit. Alles kommt mühelos zu mir. Mein Leben ist mühelos. Ich lebe. Ich lebe vollkommen. Ich lebe vollkommen. Ich bin auf meiner Reise. Ich kann alles. Alles ist möglich. Das Leben ist voller Wunder. Jeder Tag ist voller Möglichkeiten. Meine Möglichkeiten sind unbegrenzt. Dieser Moment ist einzigartig. Ich bin voller Leben. Ich tue, was nötig ist. Ich handle angemessen in jeder Situation. Ich habe die Kraft, alles zu erreichen, was ich möchte. Ich bin verbunden mit der unendlichen Intelligenz des Universums. Ich bin mit einer höheren Kraft verbunden. Ich treffe intelligente Entscheidungen. Ich bin ein Magnet für Wohlstand und Fülle. Reichtum fließt mühelos in mein Leben. Ich ziehe finanziellen Erfolg in mein Leben. Ich bin offen für den Wohlstand, der mich umgibt. Meine finanzielle Freiheit wächst jeden Tag. Ich lebe in einem Zustand des Überflusses. Meine Einkommensquellen vervielfachen sich ständig. Ich verdiene und genieße Wohlstand. Mein Wohlstand vermehrt sich ständig. Reichtum ist meine natürliche Lebensweise. Ich bin dankbar für den Wohlstand in meinem Leben. Ich bin in der Lage, anderen Menschen zu helfen. Ich lebe in einem ständigen Fluss von Fülle und Reichtum. Ich ziehe erfolgreiche Menschen und Chancen an. Ich teile meinen Erfolg mit meinen Mitmenschen. Ich freue mich über das Wohlergehen um mich herum. Ich bin frei und erlebe Wohlstand in allen Bereichen meines Lebens. Ich bin bereit, Wohlstand in jeder Form zu empfangen und zu teilen. Ich bin ein Magnet für Wohlstand und Erfolg. Ich fühle mich wundervoll. Ich bin liebevoll. Ich bin liebevoll. Ich bin wunderbar. Das Leben ist schön. Ich fühle mich verbunden mit allem Leben. Für mich ist gesorgt. Ich heile. Ich liebe. Ich lebe. Ich treffe klare Entscheidungen. Ich bin voller Klarheit. Alles kommt mühelos zu mir. Mein Leben ist mühelos. Ich lebe. Ich lebe vollkommen. Ich lebe vollkommen. Ich bin auf meiner Reise. Ich kann alles. Alles ist möglich. Das Leben ist voller Wunder. Jeder Tag ist voller Möglichkeiten. Meine Möglichkeiten sind unbegrenzt. Gott, dieser Moment ist einzigartig. Ich bin voller Leben. Ich tue, was nötig ist. Ich handle angemessen in jeder Situation. Ich habe die Kraft, alles zu erreichen, was ich möchte. Ich bin verbunden mit der unendlichen Intelligenz des Universums. Ich bin mit einer höheren Kraft verbunden. Ich treffe intelligente Entscheidungen. Ich bin ein Magnet für Wohlstand und Fülle. Reichtum fließt mühelos in mein Leben. Ich ziehe finanziellen Erfolg in mein Leben. Ich bin offen für den Wohlstand, der mich umgibt. Meine finanzielle Freiheit wächst jeden Tag. Ich lebe in einem Zustand des Überflusses. Meine Einkommensquellen vervielfachen sich ständig. Ich verdiene und genieße Wohlstand. Mein Wohlstand vermehrt sich ständig. Reichtum ist meine natürliche Lebensweise. Ich bin dankbar für den Wohlstand in meinem Leben. Ich bin in der Lage, anderen Menschen zu helfen. Ich lebe in einem ständigen Fluss von Fülle und Reichtum. Ich ziehe erfolgreiche Menschen und Chancen an. Ich teile meinen Erfolg mit meinen Mitmenschen. Ich freue mich über das Wohlergehen um mich herum. Ich bin frei und erlebe Wohlstand in allen Bereichen meines Lebens. Ich bin bereit, Wohlstand in jeder Form zu empfangen und zu teilen. Ich bin ein Magnet für Wohlstand und Erfolg. Ich fühle mich wundervoll. Ich bin liebevoll. Ich bin wunderbar. Das Leben ist schön. Ich fühle mich verbunden mit allem Leben. Für mich ist gesorgt. Ich heile. Ich liebe. Ich lebe. Ich treffe klare Entscheidungen. Ich bin voller Klarheit. Ich bin voller Klarheit. Alles kommt mühelos zu mir. Mein Leben ist mühelos. Ich lebe. Ich lebe vollkommen. Ich lebe vollkommen. Ich bin auf meiner Reise. Ich kann alles. Alles ist möglich. Das Leben ist voller Wunder. Jeder Tag ist voller Möglichkeiten. Meine Möglichkeiten sind unbegrenzt. Dieser Moment ist einzigartig. Ich bin voller Leben. Ich tue, was nötig ist. Ich handle angemessen in jeder Situation. Ich habe die Kraft, alles zu erreichen, was ich möchte. Ich bin verbunden mit der unendlichen Intelligenz des Universums. Ich bin mit einer höheren Kraft verbunden. Ich treffe intelligente Entscheidungen. Ich bin ein Magnet für Wohlstand und Fülle. Reichtum fließt mühelos in mein Leben. Ich ziehe finanziellen Erfolg in mein Leben. Ich bin offen für den Wohlstand, der mich umgibt. Meine finanzielle Freiheit wächst jeden Tag. Ich lebe in einem Zustand des Überflusses. Meine Einkommensquellen vervielfachen sich ständig. Ich verdiene und genieße Wohlstand. Mein Wohlstand vermehrt sich ständig. Reichtum ist meine natürliche Lebensweise. Ich bin dankbar für den Wohlstand in meinem Leben. Ich bin in der Lage, anderen Menschen zu helfen. Ich lebe in einem ständigen Fluss von Fülle und Reichtum. Ich ziehe erfolgreiche Menschen und Chancen an. Ich teile meinen Erfolg mit meinen Mitmenschen. Ich freue mich über das Wohlergehen um mich herum. Ich bin frei und erlebe Wohlstand in allen Bereichen meines Lebens. Ich bin bereit, Wohlstand in jeder Form zu empfangen und zu teilen. Ich bin ein Magnet für Wohlstand und Erfolg. Ich fühle mich wundervoll. Ich bin liebevoll. Ich bin wunderbar. Das Leben ist schön. Ich fühle mich verbunden mit allem Leben. Für mich ist gesorgt. Ich heile. Ich liebe. Ich lebe. Ich treffe klare Entscheidungen. Ich bin voller Klarheit. Alles kommt mühelos zu mir. Mein Leben ist mühelos. Ich lebe vollkommen. Ich lebe vollkommen. Ich bin auf meiner Reise. Ich kann alles. Alles ist möglich. Das Leben ist voller Wunder. Jeder Tag ist voller Möglichkeiten. Meine Möglichkeiten sind unbegrenzt. Ich lebe vollkommen. Dieser Moment ist einzigartig. Ich bin voller Leben. Ich tue, was nötig ist. Ich handle angemessen in jeder Situation. Ich habe die Kraft, alles zu erreichen, was ich möchte. Ich bin verbunden mit der unendlichen Intelligenz des Universums. Ich bin mit einer höheren Kraft verbunden. Ich treffe intelligente Entscheidungen. Ich bin ein Magnet für Wohlstand und Fülle. Reichtum fließt mühelos in mein Leben. Ich ziehe finanziellen Erfolg in mein Leben. Ich bin offen für den Wohlstand, der mich umgibt. Meine finanzielle Freiheit wächst jeden Tag. Ich lebe in einem Zustand des Überflusses. Meine Einkommensquellen vervielfachen sich ständig. Ich verdiene und genieße Wohlstand. Mein Wohlstand vermehrt sich ständig. Reichtum ist meine natürliche Lebensweise. Ich bin dankbar für den Wohlstand in meinem Leben. Ich bin in der Lage, anderen Menschen zu helfen. Ich lebe in einem ständigen Fluss von Fülle und Reichtum. Ich ziehe erfolgreiche Menschen und Chancen an. Ich teile meinen Erfolg mit meinen Mitmenschen. Ich freue mich über das Wohlergehen um mich herum. Ich bin frei und erlebe Wohlstand in allen Bereichen meines Lebens. Ich bin bereit, Wohlstand in jeder Form zu empfangen und zu teilen. Ich bin ein Magnet für Wohlstand und Erfolg. Ich fühle mich wundervoll. Ich bin liebevoll. Ich bin wunderbar. Das Leben ist schön. Ich fühle mich verbunden mit allem Leben. Für mich ist gesorgt. Ich heile. Ich liebe. Ich lebe. Ich treffe. Ich treffe klare Entscheidungen. Ich bin voller Klarheit. Alles kommt mühelos zu mir. Mein Leben ist mühelos. Ich lebe vollkommen. Ich bin auf meiner Reise. Ich kann alles. Alles ist möglich. Das Leben ist voller Wunder. Jeder Tag ist voller Möglichkeiten. Meine Möglichkeiten sind unbegrenzt. Dieser Moment ist einzigartig. Ich bin voller Leben. Ich tue, was nötig ist. Ich handle angemessen in jeder Situation. Ich habe die Kraft, alles zu erreichen, was ich möchte. Ich bin verbunden mit der unendlichen Intelligenz des Universums. Ich bin mit einer höheren Kraft verbunden. Ich treffe intelligente Entscheidungen. Ich bin ein Magnet für Wohlstand und Fülle. Reichtum fließt mühelos in mein Leben. Ich ziehe finanziellen Erfolg in mein Leben. Ich bin offen für den Wohlstand, der mich umgibt. Meine finanzielle Freiheit wächst jeden Tag. Ich lebe in einem Zustand des Überflusses. Meine Einkommensquellen vervielfachen sich ständig. Ich verdiene und genieße Wohlstand. Mein Wohlstand vermehrt sich ständig. Reichtum ist meine natürliche Lebensweise. Ich bin dankbar für den Wohlstand in meinem Leben. Ich bin in der Lage, anderen Menschen zu helfen. Ich lebe in einem ständigen Fluss von Fülle und Reichtum. Ich ziehe erfolgreiche Menschen und Chancen an. Ich teile meinen Erfolg mit meinen Mitmenschen. Ich freue mich über das Wohlergehen um mich herum. Ich bin frei und erlebe Wohlstand in allen Bereichen meines Lebens. Ich bin bereit, Wohlstand in jeder Form zu empfangen und zu teilen. Ich bin ein Magnet für Wohlstand und Erfolg. Ich fühle mich wundervoll. Ich bin liebevoll. Ich bin wunderbar. Das Leben ist schön. Ich fühle mich verbunden mit allem Leben. Für mich ist gesorgt. Ich heile. Ich liebe. Ich lebe. Ich heile. Ich treffe klare Entscheidungen. Ich bin voller Klarheit. Alles kommt mühelos zu mir. Mein Leben ist mühelos. Ich lebe vollkommen. Ich lebe vollkommen. Ich bin auf meiner Reise. Ich kann alles. Alles ist möglich. Das Leben ist voller Wunder. Jeder Tag ist voller Möglichkeiten. Meine Möglichkeiten sind unbegrenzt. Dieser Moment ist einzigartig. Ich bin voller Leben. Ich tue, was nötig ist. Ich handle angemessen in jeder Situation. Ich habe die Kraft, alles zu erreichen, was ich möchte. Ich bin verbunden mit der unendlichen Intelligenz des Universums. Ich bin mit einer höheren Kraft verbunden. Ich treffe intelligente Entscheidungen. Ich bin ein Magnet für Wohlstand und Fülle. Reichtum fließt mühelos in mein Leben. Ich ziehe finanziellen Erfolg in mein Leben. Ich bin offen für den Wohlstand, der mich umgibt. Meine finanzielle Freiheit wächst jeden Tag. Ich lebe in einem Zustand des Überflusses. Meine Einkommensquellen vervielfachen sich ständig. Ich verdiene und genieße Wohlstand. Mein Wohlstand vermehrt sich ständig. Reichtum ist meine natürliche Lebensweise. Ich bin dankbar für den Wohlstand in meinem Leben. Ich bin in der Lage, anderen Menschen zu helfen. Ich lebe in einem ständigen Fluss von Fülle und Reichtum. Ich ziehe erfolgreiche Menschen und Chancen an. Ich teile meinen Erfolg mit meinen Mitmenschen. Ich freue mich über das Wohlergehen um mich herum. Ich bin frei und erlebe Wohlstand in allen Bereichen meines Lebens. Ich bin bereit, Wohlstand in jeder Form zu empfangen und zu teilen. Ich bin ein Magnet für Wohlstand und Erfolg. Ich fühle mich wundervoll. Ich bin liebevoll. Ich bin wunderbar. Das Leben ist schön. Ich fühle mich verbunden mit allem Leben. Für mich ist gesorgt. Ich heile. Ich liebe. Ich lebe. Ich treffe klare Entscheidungen. Ich bin voller Klarheit. Alles kommt mühelos zu mir. Mein Leben ist mühelos. Ich lebe. Ich lebe vollkommen. Ich lebe vollkommen. Ich lebe vollkommen. Ich bin auf meiner Reise. Ich kann alles. Alles ist möglich. Das Leben ist voller Wunder. Jeder Tag ist voller Möglichkeiten. Meine Möglichkeiten sind unbegrenzt. Dieser Moment ist einzigartig. Ich bin voller Leben. Ich tue, was nötig ist. Ich handle angemessen in jeder Situation. Ich habe die Kraft, alles zu erreichen, was ich möchte. Ich bin verbunden mit der unendlichen Intelligenz des Universums. Ich bin mit einer höheren Kraft verbunden. Ich treffe intelligente Entscheidungen. Ich bin ein Magnet für Wohlstand und Fülle. Reichtum fließt mühelos in mein Leben. Ich ziehe finanziellen Erfolg in mein Leben. Ich bin offen für den Wohlstand, der mich umgibt. Meine finanzielle Freiheit wächst jeden Tag. Ich lebe in einem Zustand des Überflusses. Meine Einkommensquellen vervielfachen sich ständig. Ich verdiene und genieße Wohlstand. Mein Wohlstand vermehrt sich ständig. Reichtum ist meine natürliche Lebensweise. Ich bin dankbar für den Wohlstand in meinem Leben. Ich bin in der Lage, anderen Menschen zu helfen. Ich lebe in einem ständigen Fluss von Fülle und Reichtum. Ich ziehe erfolgreiche Menschen und Chancen an. Ich teile meinen Erfolg mit meinen Mitmenschen. Ich freue mich über das Wohlergehen um mich herum. Ich bin frei und erlebe Wohlstand in allen Bereichen meines Lebens. Ich bin bereit, Wohlstand in jeder Form zu empfangen und zu teilen. Ich bin ein Magnet für Wohlstand und Erfolg. Ich fühle mich wundervoll. Ich bin liebevoll. Ich bin wunderbar. Das Leben ist schön. Ich fühle mich verbunden mit allem Leben. Für mich ist gesorgt. Ich heile. Ich liebe. Ich lebe. Ich treffe klare Entscheidungen. Ich bin voller Klarheit. Alles kommt mühelos zu mir. Mein Leben ist mühelos. Ich lebe vollkommen. Ich lebe vollkommen. Ich bin auf meiner Reise. Ich kann alles. Alles ist möglich. Das Leben ist voller Wunder. Jeder Tag ist voller Möglichkeiten. Meine Möglichkeiten sind unbegrenzt. Gott. Dieser Moment ist einzigartig. Ich bin voller Leben. Ich tue, was nötig ist. Ich tue, was nötig ist. Ich handle angemessen in jeder Situation. Ich habe die Kraft, alles zu erreichen, was ich möchte. Ich bin verbunden mit der unendlichen Intelligenz des Universums. Ich bin mit einer höheren Kraft verbunden. Ich treffe intelligente Entscheidungen. Ich bin ein Magnet für Wohlstand und Fülle. Reichtum fließt mühelos in mein Leben. Ich ziehe finanziellen Erfolg in mein Leben. Ich bin offen für den Wohlstand, der mich umgibt. Meine finanzielle Freiheit wächst jeden Tag. Ich lebe in einem Zustand des Überflusses. Meine Einkommensquellen vervielfachen sich ständig. Ich verdiene und genieße Wohlstand. Mein Wohlstand vermehrt sich ständig. Reichtum ist meine natürliche Lebensweise. Ich bin dankbar für den Wohlstand in meinem Leben. Ich bin in der Lage, anderen Menschen zu helfen. Ich lebe in einem ständigen Fluss von Fülle und Reichtum. Ich ziehe erfolgreiche Menschen und Chancen an. Ich teile meinen Erfolg mit meinen Mitmenschen. Ich freue mich über das Wohlergehen um mich herum. Ich bin frei und erlebe Wohlstand in allen Bereichen meines Lebens. Ich bin bereit, Wohlstand in jeder Form zu empfangen und zu teilen. Ich bin ein Magnet für Wohlstand und Erfolg. Ich fühle mich wundervoll. Ich bin liebevoll. Ich bin wunderbar. Das Leben ist schön. Ich fühle mich verbunden mit allem Leben. Für mich ist gesorgt. Ich heile. Ich liebe. Ich lebe. Ich treffe klare Entscheidungen. Ich bin voller Klarheit. Alles kommt mühelos zu mir. Mein Leben ist mühelos. Ich lebe vollkommen. Ich bin auf meiner Reise. Ich kann alles. Alles ist möglich. Das Leben ist voller Wunder. Jeder Tag ist voller Möglichkeiten. Meine Möglichkeiten sind unbegrenzt. Dieser Moment ist einzigartig. Ich bin voller Leben. Ich tue, was nötig ist. Ich handle angemessen in jeder Situation. Ich habe die Kraft, alles zu erreichen, was ich möchte. Ich bin verbunden mit der unendlichen Intelligenz des Universums. Ich bin mit einer höheren Kraft. Ich bin mit einer höheren Kraft verbunden. Ich treffe intelligente Entscheidungen. Mir schlores Kleineszen. Ich bin mit einer Aus Manche Teile. Ich bin Russland und Fülle. Ich bin eigentlich oberen Kraft. Leichtum fließt mühelos in mein Leben. Ich ziehe finanziellen Erfolg in mein Leben. Ich bin offen für den Wohlstand, der mich umgibt Meine finanzielle Freiheit wächst jeden Tag Ich lebe in einem Zustand des Überflusses Meine Einkommensquellen vervielfachen sich ständig Ich verdiene und genieße Wohlstand Mein Wohlstand vermehrt sich ständig Reichtum ist meine natürliche Lebensweise Ich bin dankbar für den Wohlstand in meinem Leben Ich bin in der Lage, anderen Menschen zu helfen Ich lebe in einem ständigen Fluss von Fülle und Reichtum Ich ziehe erfolgreiche Menschen und Chancen Ich teile meinen Erfolg mit meinen Mitmenschen Ich freue mich über das Wohlergehen um mich herum Ich bin frei und erlebe Wohlstand in allen Bereichen meines Lebens Ich bin bereit, Wohlstand in jeder Form zu empfangen und zu teilen Ich bin ein Magnet für Wohlstand und Erfolg Ich fühle mich wundervoll Ich bin liebevoll Ich bin wunderbar Das Leben ist schön Ich fühle mich verbunden mit allem Leben Für mich ist gesorgt Ich heile Ich liebe Ich liebe Ich lebe Ich lebe Ich treffe klare Entscheidungen Ich bin voller Klarheit Ich bin voller Klarheit Alles kommt mühelos zu mir Mein Leben ist mühelos Ich lebe Ich lebe vollkommen Ich lebe vollkommen Ich bin auf meiner Reise Ich lebe vollkommen Ich kann alles Alles ist möglich Alles ist möglich Das Leben ist voller Wunder Jeder Tag ist voller Möglichkeiten Meine Möglichkeiten sind unbegrenzt Dieser Moment ist einzigartig Ich bin voller Leben Ich tue, was nötig ist Ich handle angemessen in jeder Situation Ich habe die Kraft, alles zu erreichen, was ich möchte Ich bin verbunden mit der unendlichen Intelligenz des Universums Ich bin mit einer höheren Kraft verbunden Ich treffe intelligente Entscheidungen Ich bin ein Magnet für Wohlstand und Fülle Reichtum fließt mühelos in mein Leben Ich ziehe finanziellen Erfolg in mein Leben Ich bin offen für den Wohlstand, der mich umgibt Meine finanzielle Freiheit wächst jeden Tag Ich lebe in einem Zustand des Überflusses Meine Einkommensquellen vervielfachen sich ständig Ich verdiene und genieße Wohlstand Mein Wohlstand vermehrt sich ständig Reichtum ist meine natürliche Lebensweise Ich bin dankbar für den Wohlstand in meinem Leben Ich bin in der Lage, anderen Menschen zu helfen Ich lebe in einem ständigen Fluss von Fülle und Reichtum Ich ziehe erfolgreiche Menschen und Chancen an Ich teile meinen Erfolg mit meinen Mitmenschen Ich freue mich über das Wohlergehen um mich herum Ich bin frei und erlebe Wohlstand in allen Bereichen meines Lebens Ich bin bereit, Wohlstand in jeder Form zu empfangen und zu teilen Ich bin ein Magnet für Wohlstand und Erfolg Ich fühle mich wundervoll Ich bin liebevoll Ich bin wunderbar Das Leben ist schön Ich fühle mich verbunden mit allem Leben Für mich ist gesorgt Ich heile Ich liebe Ich lebe Ich treffe klare Entscheidungen Ich bin voller Klarheit Ich bin voller Klarheit Alles kommt mühelos zu mir Mein Leben ist mühelos Ich lebe vollkommen Ich lebe vollkommen Ich bin auf meiner Reise Ich kann alles Alles ist möglich Das Leben ist voller Wunder Jeder Tag ist voller Möglichkeiten Meine Möglichkeiten sind unbegrenzt Dieser Moment ist einzigartig Ich bin voller Leben Ich tue, was nötig ist Ich handle angemessen in jeder Situation Ich habe die Kraft, alles zu erreichen, was ich möchte Ich bin verbunden mit der unendlichen Intelligenz des Universums Ich bin mit einer höheren Kraft verbunden Ich treffe intelligente Entscheidungen Ich bin ein Magnet für Wohlstand und Fülle Reichtum fließt mühelos in mein Leben Ich ziehe finanziellen Erfolg in mein Leben Ich bin offen für den Wohlstand, der mich umgibt Meine finanzielle Freiheit wächst jeden Tag Ich lebe in einem Zustand des Überflusses Meine Einkommensquellen vervielfachen sich ständig Ich verdiene und genieße Wohlstand Mein Wohlstand vermehrt sich ständig Reichtum ist meine natürliche Lebensweise Ich bin dankbar für den Wohlstand in meinem Leben Ich bin in der Lage, anderen Menschen zu helfen Ich lebe in einem ständigen Fluss von Fülle und Reichtum Ich ziehe erfolgreiche Menschen und Chancen an Ich teile meinen Erfolg mit meinen Mitmenschen Ich freue mich über das Wohlergehen um mich herum Ich bin frei und erlebe Wohlstand in allen Bereichen meines Lebens Ich bin bereit, Wohlstand in jeder Form zu empfangen und zu teilen Ich bin ein Magnet für Wohlstand und Erfolg Ich fühle mich wundervoll Ich bin liebevoll Ich bin wunderbar Das Leben ist schön Ich fühle mich verbunden mit allem Leben Für mich ist gesorgt Ich heile Ich liebe Ich lebe Ich treffe klare Entscheidungen Ich bin voller Klarheit Alles kommt mühelos zu mir Mein Leben ist mühelos Ich lebe vollkommen Ich bin auf meiner Reise Ich kann alles Alles ist möglich Das Leben ist voller Wunder Jeder Tag ist voller Möglichkeiten Ich bin terribly Untertitelung des ZDF, 2020